Jo, meine Freunde, was geht? Wir gucken jetzt das Statement von Alim List zu der ganzen Thematik mit hier, ihr wisst schon, wie er heißt, Zemex und so weiter. Und Video, ich seh das tatsächlich gerade das erste Mal, ich wusste bis eben nicht, dass das existiert, war irgendwie nicht in meinem Kosmos, ihr wisst schon. Und er kam auf jeden Fall nicht so gut an. Hier sagt auch einer, du weißt ganz genau, dass das viele herausfinden. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist ja ein Typ, den ich auch kritisiert hatte. Boah, Digga, Rauchen ist cool, Alter. Rauchen in Videos ist... Servus, Leute. Willkommen heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Also, wie gesagt, ich... Pack die Kamera bitte noch ein Stückchen weiter weg, man erkennt dich noch. Ich glaube, fast jeder von euch hat, ähm, das Video von Kuchen... Ja, übrigens muss ich auch zu Alim List sagen, also, ich persönlich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das ein unfassbar falscher Mensch ist. Also, Realtalk, das ist doch gar nicht... Also, was heißt denn jetzt? Ich bin so gemein, ich... Ist ja einfach nur meine persönliche Meinung so. Das Ding ist, der Typ hat ja so ein Video über CMAX gemacht gehabt, das hat er jetzt natürlich offline genommen. Und das Ding ist, dass ich ja schon mit ihm geschrieben hatte, schon als es online war. Er meinte so, jo, du liegst halt einfach seine Adresse, es ist einfach nur scheiße, was soll das? Und er hat es die ganze Zeit verteidigt, hat es die ganze Zeit runtergeredet und dass es gar nicht so schlimm ist und sonst irgendwas. Ich habe dann sogar im Stream darüber geredet und auch das war ihm egal. Und genau als mein Video kam, hat er das Video offline genommen. Und warum? Weil er sich dem Hate entziehen wollte. Er hat das Video, solange es geht, online gelassen, damit er so viel Klicks und Reichweite wie möglich mit dem Thema mitnimmt. Und hat dann, als mein Video gekommen ist, weil ihm natürlich klar war, dass jetzt halt viele Leute rübergehen werden, um das zu disliken und zu kritisieren, hat er das genau in dem Moment privat gestellt. Und hat mir dann auch irgendwie so geschrieben, ja, jetzt verstehe ich dich, oder ich weiß irgendwie sowas. Wo ich mir so denke, Bro, ich habe das Gleiche eins zu eins im Stream und dir privat gesagt. Also muss man dir Dinge dreimal sagen, bis du es verstehst, oder was? So, da habe ich mir wirklich schon so gedacht. Also so ein unglaublich falscher Mensch. Also versucht sich so hart wie möglich an der CMAX-Sache zu bereichern und zieht dann im letzten Moment noch das Video zurück, wo er halt quasi nicht gehatet wird. Und, äh, ja, das ist halt das, also das ist halt einfach eine absolut, äh, falsche Aktion, Digga. Wirklich, deswegen, da bin ich, also bei solchen Menschen bin ich ja wirklich absolut raus. ...TV bereits gesehen. Ich habe ein paar Nächte darüber geschlafen, um mir jetzt wirklich hier, ähm, eine Meinung dazu zu bilden. Und ich wollte jetzt nicht hier irgendwie impulsiv handeln und, ähm, meine ganze Meinung dazu äußern. Aber schon schlau. Naja, er nimmt halt einfach die Reichweite so gut mit, wie es geht und packt es dann offline. Also ja, dumm ist das so gesehen auf Reichweiten, äh, technischer Sicht natürlich halt nicht, aber zeigt er, was für ein falscher Mensch er ist, ne? Also er schadet anderen einfach, solange es geht. Und wenn er dann selber merkt, jetzt würde ich Hater bekommen, packt er das Video halt offline, ne? Ist halt menschlich gesehen einfach absoluter Abfall, ne? Was soll ich dazu sagen? ... und deshalb hier nochmal ... Ja, das Zimmer ist halt echt, äh, kritisch. Wie gesagt, der Titel von mir war extra ein bisschen provokant gewählt und, wie gesagt, was du wahrscheinlich auch machst, wie man sieht, äh, ein paar Klicks abzugreifen. Ganz klar, der Titel war, sag ich mal, vielleicht nicht so schlau oder generell, es war nicht so schlau, das von mir zu posten. Klar, aber dass du sagst, ich leake andere Adressen von irgendjemandem, ähm, das stimmt wie gesagt leider nicht. Da muss ich mich ganz kurz einfach nochmal äußern. Du sagst nämlich, ich hätte die Adresse von Siemex geleakt. Ähm, das ist leider nicht der Fall. Selbst wenn man den Link, der, wie gesagt, auch von mir weggeblurrt worden ist ... Später weggeblurrt worden ist, ne? Stell es richtig hin. Selbst wenn man den Link irgendwie verfolgt oder das Airbnb, ähm, irgendwie bei Google findet, ähm, sieht man nie die Adresse von Siemex. Die Adresse ist nie zu sehen. Das heißt, du bist ... Ja, die Adresse ist nie zu sehen, aber auf der Airbnb-Seite kann man genau sehen, in welchem, ähm, Bezirk oder in welchem Stadtteil das Haus liegt. Der Stadtteil ist nicht groß. Gehst du fünf Minuten mit Google Maps durch, dann hast du seinen Hintergarten, so. Und dann kannst du da draufklicken, dann hast du seine Adresse. Das Ganze kann ich dir in drei Minuten raussuchen. Ja, du hast es so gesehen nicht geleakt, in dem Sinne, dass du jetzt eins zu eins die Adresse hast, aber du hast genug Informationen und Anhaltpunkte, äh, gegeben, sodass man das in kürzester Zeit rausfinden kann. Weiß, ich finde es halt persönlich einfach mega widerlich, wie, wie, wie man selbst bei sowas dann halt immer noch versucht, das Ganze halt zu verteidigen und runterzuspielen. Warum kannst du dich nicht einfach hinsetzen und sagen, ja, war eine scheiß Aktion, ich bin nun mal ein Typ, der einen richtig schlechten Charakter hat, ich wollte Abonnenten, Abonnenten sind alles im Leben und dafür gehe ich auch über die Privatsphäre von YouTubern. So, und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Nein, stattdessen wird jetzt so rausgeredet, oh, aber du hast hier aber auch was Falsches gesagt. Ich verstehe sowas nicht, Digga. Ich verstehe sowas wirklich einfach nicht. Auf die Webseite findest das Airbnb, das Allerhöchste, was du machen kannst. Du siehst Bilder und den Ort, in dem das Airbnb liegt. Du siehst nie die Adresse von Siemex oder wie gesagt weiteres. Man sieht nie die Adresse. Das heißt, wenn man auf die Minimap sieht, sieht man den Ort, in dem das Airbnb liegt. Du kannst anhand... Ich liege die Adresse von KuchenTVs Nachbarn. Ich liege nicht die von KuchenTVs. ... dessen nicht herausfinden, wo die Adresse von Siemex liegt. Deshalb ist es irgendwie keine Veröffentlichung personenbezogener Daten. Also es ist kein Leak. Ich habe lediglich mir die Bilder angeguckt vom Airbnb, wo Siemex wohnt. Das heißt, ich habe diese Adresse nicht veröffentlicht. Das Einzige, was man sieht, ist den Ort. Das Einzige, was man sieht, ist den Ort, sein Badezimmer und seinen Kühlschrank. Er sagt ja selber, dass es halt personenbezogene Daten sind und ich meine auch, dass Airbnb und so zu zeigen, wo er halt wohnt und damit auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich da zu melden, was ja dann auch passiert ist, gerade wenn man das Ganze in so einem negativen Kontext macht. Das gehört ja auch noch dazu. Er hat das ja nicht zum Beispiel ich habe das ja in meinem Video auch kritisiert. Und klar, ich habe es dann halt auch selber gezeigt, weil wir auf das Video reagiert haben. Kann man von mir aus auch kritisieren. Wobei ich halt immer noch der Meinung bin, also das Thema war durch. Das ist halt Aimless, damit der erste YouTuber, der da ein Video zu veröffentlicht hat, der das ganze Thema halt klar größer gemacht hat. Wenn du dann drei Tage später darauf reagierst und zu sagen, wie dumm das ist, das ist für niemanden mehr eine neue Information. Also theoretisch, auch wenn es dumm klingt, hätte er das Video jetzt auch online lassen können, weil der Drops ist glutscht gewesen. Klar, wäre halt immer noch mega ekelhaft gewesen, aber es ändert das halt einfach nichts mehr. Und das Ding ist, du gibst halt dann schon personenbezogene Daten raus, beziehungsweise zeigst halt den Leuten auch, wie sie da an weitere Informationen halt einfach kommen können. Und das ist eine Sache, die verstehe ich halt einfach nicht. Ich hatte die Adresse von Siemens zwei Wochen vor dem Leak und habe es nicht mehr in die Meinungsloger-Gruppe geschickt, weil es sich einfach nicht gehört. Peinlich, Digga. Ich dachte, wir reden über alles. Mir hatte das, glaube ich, auch schon irgendeiner vorher zugeschickt. Da meinte ich auch so, ja, okay. Wie gesagt, die Bilder, die ich mir angeguckt habe. Jetzt könnte man sagen, hm, okay, du hast zwar nicht die Adresse gezeigt, aber man sieht ein Bild. Man sieht nämlich ein einziges Bild für ungefähr eine halbe Sekunde, wo ich einmal zeige, wie die Außenansicht ist. Das ist nur ein Beispiel. Nein, er hat doch fast alle Bilder gezeigt. Das ganze Video, doch da ist doch da fast alle durchgegangen. Das haben wir doch gesehen sogar in der Reaction. Also er stellt es hier nicht mal richtig hin. Man sieht keine Hausnummer, man sieht keinen Straßennamen, man sieht keine anderen Menschengesichter oder irgendetwas, woran man einen Ort identifizieren könnte. Das heißt, man sieht lediglich die Haustür. Können diese kleinen YouTuber nicht auf Langzeit sehen, was sie mit ihrem Kanal machen, wenn sie sowas vor ein paar Klicks hochladen? Nee. Also keine Ahnung, Realtalk jetzt. Ich glaube, so kleinere YouTuber sind was, was so dieses ganze Influencer-Dasein und so weiter angeht, einfach oftmals nicht intelligent, weil die halt auch von vielem halt keine Ahnung haben. Ich meine, Ali im List ist halt offensichtlich ein YouTuber, dem halt Klicks und Abonnenten halt einfach alles sind und das Ganze hätte er halt lieber heute als morgen. So und das ist einfach die, äh, die, die falsche Herangehensweise auf jeden Fall. Also ich meine, wenn ich mir die Qualität angucke, also ganz ehrlich, dann kauf dir kein MacBook, dann kauf dir doch irgendwie das Microsoft Surface Notebook oder wie das heißt und kauf dir zwei Softboxen, damit das nicht so milchig aussieht, weil, ähm, du auch da noch neben dem Licht stehst. So, also dann arbeite doch erst mal, wenn du Abonnenten und so weiter möchtest, dann arbeite doch erst mal in deiner Videoqualität und sonst irgendwas, ähm, was dann halt viel wichtiger wäre. So, das Ding ist halt einfach, ähm, ich meine, es ist klar, dass wenn du diese Adresse da legst, dass die Leute das zwar am Anfang halt gut finden, aber dass es so viele geben wird, die halt so negative Stimmen, sag ich mal, mit reinbringen, also dass das Leak nicht okay ist und dass das Video am Ende auch nicht gut ankommt. So, und hier zum Beispiel sieht man ja auch, ähm, dass das Statement auch nicht gut ankommt. So, es ist bisher auch nicht gut, ne? Wir gucken natürlich, was halt noch danach gesagt wird. So, klar, er hat jetzt durch diese, durch diesen Leak hat er halt seine, seine, ich weiß gar nicht, 400, 500 Abonnenten oder so gemacht, aber zum Beispiel dieses Video hier wird tot, tot gehatet. Dieses Video hier wird zum Beispiel auch gar nicht gefeiert. Guck mal, vor drei Wochen 50 Aufrufe. So, du machst dir mit, mit einem Video, wo du so Adresse liegst oder so, wo du wirklich nur auf einem Hype drauf gehst und keine Persönlichkeit mit reinbringst, sondern es ist, also niemand interessiert sich für Alimlist in diesem C-Max Video. Das ist auch gar nicht böse gemeint, aber es geht nur um die Adresse von C-Max. Das ist ein Alimlist, der ist halt nebenbei dabei, ja, aber juckt halt auch nicht weiter. Und dann abonniert man den, weil man den so denkt, boah, heftig, dass der das rausgefunden hat, obwohl das ja selber auch gar nicht war. So, und dann ist es halt einfach, ach, er reagiert sogar nur, das ist nicht mal sein Setup. Ähm, und dann ist es halt klar, dass der Kanal halt nicht läuft. So, ich meine, das Statement hat jetzt natürlich nochmal gut Klicks bekommen, weil es halt natürlich dann einige Leute interessiert und anscheinend war das ja auch was, worüber man halt diskutieren kann, ne, weil man sieht ja auch, dass das jetzt nicht so gut angekommen ist. Und die nächsten Videos werden halt wieder nur 50, 60 Aufrufe haben. Also, du hast jetzt Hate geholt, du bist dabei bei richtig vielen Leuten unten durch, die dich halt lange Zeit nicht mehr abonnieren werden, anstatt die Zeit in vernünftigen Content zu stecken. Du hast deinen Kanal einfach mehr geschädigt als vorher, weil dadurch, dass du jetzt diese Abonnenten hast, die zu einem großen Teil tote Abonnenten sind, sieht der Algorithmus natürlich auch, dass wenn du jetzt ein Video hochlädst und du hast 1000 Abonnenten und das hat 30 Klicks, dann wird es schlechter gerankt, als wenn du 500 Abonnenten hast und 30 Klicks, weil mehr Abonnenten das Video gesehen haben. Das heißt, er hat sich halt original damit einfach nur kaputt gemacht. Einfach nur, er hat einem anderen YouTuber geschadet, in der Hoffnung selber hochzukommen und es steht jetzt schlechter da als vorher. Das musst du dir wirklich einfach mal überlegen. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen weniger zu reden. Und klar könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht ein Stadtführer oder so was, irgendwer, der sich da so krass auskennt, kennt sich aus. Da gebe ich dir recht, ja, das könnte man wirklich sagen. Selbst wenn er mal groß wird, er hat ja immer diese kaputte Vergangenheit. Ja gut, das nicht. Also ich meine, ich habe ja auch früher Kackaktionen gemacht, das ist Leuten heute ja auch egal. Also so schlimm sehe ich das jetzt nicht, weil man jetzt ein paar Jahre dann normalen Content macht, sage ich mal, dann vergisst man das auch wieder. Aber natürlich hat er jetzt erstmal ein schwieriges Standing. Zumindest bei den Leuten, die das halt mitgekriegt haben. Ja, wie gesagt, das ist der einzige Punkt, den man so hätte kritisieren können. Es ist aber öffentlich und im rechtlichen ist es einfach keine Adresse. Ich habe nie eine Adresse gezeigt. Deshalb einfach mal ganz kurz die Aussage. Und außerdem würde ich mich da auch an deiner Stelle ein bisschen zurückhalten, wenn du sagst, ich habe eine Adresse gelegt. Ich glaube, viele wissen, dass du sowas früher auch gemacht hast. Wie gesagt, du hast dich auch verändert. Sehr schön, Digga. Schön. What about ism jetzt? Ja, ja, ich habe das gemacht. Aber du auch. Was ändert das jetzt, Bro? So, ich meine, ich will das halt auch gar nicht in Schutz nehmen, aber es sind halt einfach faktisch gesehen andere Zeiten. Also dass das Scheiße von mir war und dass ich das nicht hätte machen sollen, ist klar. Das will ich, das will ich ja gar nicht irgendwie, da will ich gar nichts zu sagen oder whatever. Aber wenn du schon bei mir mitgekriegt hast, dass ich das gemacht habe und ich mich dafür entschuldigt habe, weil ich schon eingesehen habe, dass es kacke ist. Warum machst du es dann? So in der heutigen, also gerade in der heutigen Zeit, in den letzten Jahren, seitdem es ist, ich mache das ja seit irgendwie fünf oder sechs Jahren nicht mehr. Seitdem habe ich das halt nicht mehr gemacht und jeder, der es seitdem gemacht hat, nach mir wird immer dafür kritisiert und runtergemacht. Weil heutzutage dieses Adressen-Leaken einfach ein viel schlechteres Standing hatte als vorher, wo das von vielen noch akzeptiert und als cool angesehen wurde. Ja, zum Beispiel mein Katja-Video wurde trotzdem übelst gefeiert, obwohl ich da die Adresse gelegt habe. So, heutzutage würde das Video todes gehatet werden, weil sich halt jeder denken würde, bist du doof, warum veröffentlichst du ihre Adresse? So, heutzutage ist das, hat man da ganz andere Gedanken drüber und ein ganz anderes Standing. So, wie gesagt, will ich mein Verhalten damit nicht rechtfertigen, aber dein Leaken ist halt einfach schlimmer. So, weil man heutzutage so ganz anders darüber aufgeklärt ist und so eine ganz andere Meinung in der Gesellschaft von YouTube darüber hat. Du warst immer ein YouTuber, deren Videos ich sehr gerne geschaut habe und ich eigentlich immer noch weiter schaue. Das Einzige, wie gesagt, was sehr negativ auf mich gewirkt hat, war, wie du mit anderen Menschen redest. Egal, ob mit mir oder auch anderen. Ich habe mir mal ein bisschen so im Internet recherchiert und habe geguckt, wie du somit generell mit anderen Leuten redest. Ich finde, ja, du machst sehr, du machst sehr gute Videos, ja, wie gesagt, das muss man sagen. Du weißt, wie man kommunikativ mit anderen Leuten redet, das kann man auf jeden Fall als positiven Punkt von dir festhalten. Vor allem, ich mein, Digga, es geht, es ist ein Statement über dich und jetzt ist das irgendwie ein Dis-Video gegen mich oder was? So, was willst du jetzt hören? Ja, ich bin mega unfreundlich zu voll vielen Leuten, weil sie mir auf den Sack gehen, so. Und ich packe da auch keine, äh, kein Blatt vor den Mund, sondern wenn du mich abfuckst, so, dann sag ich dir das auch. So, wo ist jetzt dein Punkt, Digga? Also, wenn er das sagt, ne, wenn nicht, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Das Einzige aber, wie du persönlich mit mir oder anderen Leuten redest, ist sehr respektlos. Das muss ich dir ganz klar sagen. Ich bin in meinen DMs, bin ich die ganze Zeit respektlos. Weißt du, ich darf so einen sehr und dann, guck mal, genau so was meine ich übrigens, was halt zeigt, dass er einen super schwachen Charakter hat. So, das Ding ist, ich hab ihm einfach nur geschrieben, weißt du eigentlich, dass du ein sehr unangenehmer Mensch bist? Zumindest von dem, was ich von dir weiß. Bro, das ist einfach nur meine Meinung, dass du ein unangenehmer Mensch bist. Vor allem finde ich übrigens erstmal generell lustig, dass er einfach private Nachrichten liegt. Gut, das ist mir jetzt natürlich egal, aber ist auf jeden Fall erstmal schon sehr geil, weil dafür könnte ich dich halt anzeigen. Das wäre rechtlich jetzt was, wo ich, äh, wo ich dich rankriegen kann. Also, Siemex, wenn ich dagegen vorgehen soll, dann schreibt mir doch bitte, dann mache ich das natürlich sehr gerne. So, ich meine, das Ding ist, er packt auch zum Beispiel weg, was er vorher geschrieben hat. Ich weiß jetzt leider nicht, wie er auf Instagram heißt. Ich glaube nicht, ah, ah, doch, ah, dem List. Ich kann euch das, wenn er es nicht gelöscht hat, auf jeden Fall gerne einmal zeigen. Ich weiß nicht, ob er die gelöscht hat, so. Aber das Ding ist, bevor ich dir das zeige, erstmal dazu. Wenn ich der Meinung bin, dass du ein unangenehmer Mensch bist, dann ist das doch meine Meinung, Bro. Dann hat das nichts mit, ähm, dann hat das nichts mit Unfreundlichkeit an sich, vielleicht halt schon, aber ich bin einfach ehrlich. So, Bro, so, du bist halt einfach unangenehm, deine Nachrichten sind cringe und ich sag dir das. Wo ist das scheiß Problem, Bro? Das ist kein Angriff gegen dich. Ich hab auch vorgestern, das hab ich ja gestern schon gesagt, im, ähm, per E-Mail eingeschrieben, jo, Digger, du bist mir halt einfach, du bist mir mega unsympathisch. Und das hat er auch als Angriff genommen. So, wo ich mir ausdenke, Bro, das ist nicht, das ist kein Angriff. Es ist einfach meine Meinung. Ich kann nicht jeden mögen. So, und wenn ich finde, dass du unangenehm bist, dann kann ich dir das auch sagen. So, soll ich jetzt einfach dann, dann gar nichts sagen und dich blocken oder sonst irgendwas. So, ich mein, das Ding ist, auch dazu, was er halt geschrieben hat, war auch einfach unangenehm. Und ich glaube, die meisten von euch werden das auf jeden Fall auch nachvollziehen können. Ich muss das hier nur mal raussuchen. Ich glaube, sogar jetzt gelöscht, lustigerweise. Ich guck mal bei ihm. Ne, weiß ich nicht. Ach da. Genau, das Ding ist, ich muss hier grad mal gucken, wo es anfängt, weil wir haben ja länger geschrieben. Genau, also, er hat auf jeden Fall geschrieben gehabt, so, jo, ich hab jetzt die, die Adresse da weggekillt, so. Äh, ah, ne, nicht wundern, ich hab ein paar Videos runtergenommen. Ich so, ich hab alles gespeichert. Ich dachte, er meint das C-Max-Video, aber das hat er online gelossen, so. Dann hat er noch kurz irgendwie geschrieben, ja, deine Community ist sehr nett und ich schätze gute Kritik. Ja, es gibt immer ein paar Leute, ne, warte mal, das ist es gar nicht. Warte, was such ich denn jetzt? Ne, weiß ich nicht. Ach da. Genau, ich hab dann so geschrieben, ja, also, Erziehung hast du halt offensichtlich, äh, nicht genossen, wenn du so eine Aktion gut findest. Also, das Liegen, so, weil er das ja, er hat das immer noch, er hat das immer noch, äh, verteidigt. Er dachte immer noch, dass es eine geile Idee ist, das zu liegen, was, wie gesagt, einfach lächerlich ist. Ähm, genau, dann, was für eine Aktion, warum bist du so frech? Du, genau. Also, ich hab halt geschrieben, so, jo, Erziehung hast du halt offensichtlich nicht genossen, wenn du so eine Aktion gut findest. Da hat er geschrieben, was für eine Aktion? Warum bist du gleich so frech? Egal, du wirst noch sehen. Ich und Tanzverbot machen Disstrack. Und darauf hab ich das geschrieben. Digga, es ist einfach fucking unlustig. Ja, du wirst doch sehen, Digga, ich und Tanzverbot machen Disstrack. Digga, ich, ich saß hier so vor meinem Handy und dachte so, alter, das ist, das hat er nicht gerade geschrieben, ne, es ist so fucking unangenehm. Ist halt auch schon komisch, dass das irgendwie weggelassen wird, auf jeden Fall. Und halt dann nur die Nachricht gezeigt wird, ne, nur mal so nebenbei. Ich dachte, du wärst mit Tanzi cool. Naja, der Typ wird keinen Kontakt zu Tanzi haben und er wird auch im Leben keinen Track mit ihm aufnehmen, ne. Das ist halt so als Joke. Und ich dachte mir so, alter, ist das fucking unangenehm. Und da hab ich ihm geschrieben, jo, weißt du eigentlich, dass du ein echt unangenehmer Mensch bist? Voll mit dir umgegangen. Irgendwann hat's mir dann auch gereicht, wie frech du mit mir redest. Ich blende einfach hier mal ein paar DMs von dir ein. Du beleidigst mich. Was bist du für ein ekelhafter Mensch? Finde ich übrigens auch geil, weil seine Sprachnachricht zeigt er natürlich wieder nicht. Digga, warte, wir machen's jetzt folgendermaßen. Ich werd mal hier kurz den Browser wechseln, weil ich kann mich bei Dings nicht anmelden. Dann können wir uns das Ganze einfach mal angucken. Sowas zum Beispiel ist die nächste Sache, die mich mega abfuckt. Das sind zum Beispiel auch Videos, die ich eher strike, aber ich zieh jetzt mein Konto dadurch, mach meine Klicks und gut ist. So, weil das Ding ist, er stellt mich jetzt als schlechten Typen hin, obwohl er selber nicht mal alles zeigt. So, warum zeigst du denn nicht mal deine Nachrichten, was du geschrieben hast und getan hast und so? Warum wird denn nur meine Nachricht geschrieben, aber das, was du geschrieben hast, wird halt einfach liegen gelassen und ist anscheinend egal. So, es juckt halt irgendwie nicht weiter. So, ich guck mal hier, ob ich das irgendwie hinkriege, weil, Digga, Nachrichten schreiben auf der Seite ist halt ultra schwierig. Ähm, ich guck mal gerade, ob ich hier alles habe. Ja, genau, also hier ist das. Ich guck mal, an der Seite sind da wichtige Nachrichten, irgendwelche privaten Infos oder so, Nachrichten, whatever. Äh, deine Meinung dazu, da wollte dir nur sagen, bla bla bla, nein, gut. So, dann ist das hier auf jeden Fall der Chatverlauf hier. Was bist du für ein ekelhafter Mensch? Das ist halt genau das, worum es geht. Wir gehören mal rein. Äh, wie gesagt, äh, falls du irgendwelche Fragen hast oder so, frag einfach, wie gesagt, das Video war auf jeden Fall, ähm, nicht beleidigend gemeint gegen Siemex oder so. Auch er ist nur ein Mensch. Ähm, ja, wie gesagt, es sollte ihn nicht beleidigen. Ich werde, äh, oder wollte... Es hat auch niemand darüber geredet, dass er ihn beleidigt hat. ...wollte auch seine Adresse nicht liegen. Ich werde mir das nachher nochmal angucken. Ich habe da jetzt aber nichts gesehen. Ähm, ansonsten werde ich das Video natürlich auch offline nehmen, äh, wie gesagt. Jo, falls Fragen hast oder so. Ja, ich habe da nichts gesehen, Digga, alles gut. Und auch hier so. Ich habe ja geschrieben, und du findest das okay, für ein paar Klicks online zu lassen. Ja, ich finde, ich finde das Video nicht schlimm. Die paar Klicks sind sehr hilfreich für mich. Ich möchte Siemex auch nicht beleidigen. Alles gut. Also er sagt quasi selber so, ja, ich habe seine Adresse gelegt oder beziehungsweise da, wo er wohnt, habe ihn zur Zielscheibe des Internets gemacht. Aber, ähm, ja, ich meine, die paar Klicks sind halt hilfreich für mich und ich sehe da jetzt auch nichts verwerfliches dran. Und dann habe ich geschrieben, jo, was bist du für ein ekelhafter Mensch? Und da stehe ich auch immer noch zu, Digga. Das ist absolut ekelhaft, was du da gemacht hast. So, das sehe ich halt immer noch absolut genauso. Diese Einstellung ist einfach absolut widerwärtig. Jetzt muss ich hier mal kurz weg machen. Ähm, und da bin ich halt einfach, äh, da bin ich dann auch ehrlich so. Und dann schreibe ich dir auch sowas. So, und komisch, dass du diese ganzen Nachrichten da auf jeden Fall weglässt und nur meine Sachen zeigst, wo sich die Leute gar nicht, also gar kein Bild davon machen können, weil sie gar nicht wissen, äh, worum es überhaupt geht. ...mich als dumm, als ekelhaften Menschen, ich war die ganze Zeit respektvoll zu dir, hab dir ganz normal meine Meinung gesagt, ich meinte, ich... So, du checkst es nicht, lass gut sein, ihr hättet halt immer noch behauptet mit Leaken, ne, hab ich nicht. Äh, nein, du verbreichst einfach Adressen für paar Klicks, die die Preize, egal, aber du hast nicht die Intelligenz, um das zu checken. Ja, es ist ja halt auch einfach so. Deine Aussagen machen keinen Sinn. So, also, gut, Intelligenz kann man vielleicht sogar noch drüber streiten, weil es einfach sein, dass du so drin gefangen bist, dir zu die Hoffnung gesehen zu haben, dass du halt erfolgreich wirst, also, dass du einfach so nicht mehr der Herr deiner Sinne warst, quasi, dass du gesehen hast, so, das Video kommt gut an, ich mache ein paar Abos, das ist mir jetzt wichtiger, ne, weil ich meinen Vorteil gegenüber dieser Person halt sehe, ähm, das kann halt höchstens sein, aber trotzdem ist es halt einfach echt so, ich mein, ich bringe die ganze Zeit, ich bringe die ganze Zeit Beweise dafür, dass es halt Leaken ist und dass das ekelhaft ist, so. Ähm, so, und das Geile ist, er verteidigt das ja wirklich die ganze Zeit, so hat es wirklich die ganze Zeit verteidigt und am Ende schreibt er mir dann folgendes, nachdem ein Video gekommen ist, habe gerade dein Video auf CMAX Video gesehen, das war absichtlich von Trimax, war wie gesagt dumm von uns, das Video zu machen. Also, er hat das die ganze Zeit verteidigt. Die ganze Zeit, wo wir hier geschrieben haben, hat er das Ganze verteidigt, hat gesagt, ja, das ist doch voll gut, ich hab nichts geleakt, bla bla bla, könnt ihr hier alles lesen, ihr könnt das Video ja pausieren, wenn ihr das auf KuchenTV ankat seht. Dann kommt mein Video, wo ich exakt das gleiche schreibe, wie das, was ich im Privat geschrieben hab und dann sagt er, ja, es war dumm von uns, das Video zu machen. Digga, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Digga, das sind Leute, wo ich mir wirklich denke, ey, das ist nicht dein Scheißernst, oder? Wie kann man denn so fucking dämlich sein? Ich respektiere auch deine Meinung, ich hoffe, du kannst meine respektieren. Ich meine auch sowas hier, er zeigt jetzt einfach irgendwelche Nachrichten, ohne überhaupt richtig drauf einzugehen. Ich bin wirklich im Überlegen, so ein Video wegzustriken. Nicht, weil es mich stört, dass er die Nachrichten gezeigt hat, was natürlich an sich auch nicht geht, aber das ist mir halt Realtalk nicht so wichtig, so juckt mich halt nicht. Ähm, aber es geht mir einfach darum, wie du es halt, äh, wie du es halt hindingst. So. Warum werden denn nicht die ganzen Nachrichten gezeigt? Warum zeigst du nur kleinste Ausschnitte davon, um dich halt irgendwie da besser hinzustellen? Ich guck auch mal gerade. Ja gut, die Nachricht, das war die, die er schon gezeigt hat sogar. Du hast doch gerade aus dem Chat vorgelesen. Digga, ich habe doch gerade gesagt, dass es mir egal ist, ob Privatnachrichten gezeigt werden oder nicht. Lustigerweise ist es sogar, also ist es rechtlich tatsächlich gerade erlaubt, dass ich das zeige. Dadurch, dass er das ja in einem anderen Kontext veröffentlicht hat, also er hat diese Straftat ja bereits vergangen, darf ich mich öffentlich, ähm, nicht nur dazu äußern, sondern halt die Beweise zeigen, ähm, damit das ja quasi kein Rufmord ist, sage ich einfach mal. Weil es ja schon, also er hat die ja schon ohne Kontext einfach so gezeigt und ich zeige euch ja den Kontext dazu. Das ist tatsächlich erlaubt. Da hatte ich, habe ich mit meinem Anwalt mal tatsächlich drüber geredet, ne, weil sowas zu wissen ist immer relativ gut. Ähm, und wie gesagt, geht es mir auch gar nicht um das veröffentlichen. Es ist mir kackegal, es juckt mich nicht. So, es geht mir aber einfach darum, dann zeig doch einfach die ganzen Ausschnitte, dann zeig doch die ganzen Nachrichten, dann zeig doch bitte wirklich, was wir geschrieben haben, auch was du geschrieben hast, warum ich solche Aussagen überhaupt bringe. Anstatt alles wegzulassen und zwei, drei Nachrichten von mir zu zeigen und dann zu schreiben, dass ich respektlos gewesen bin. Du redest, ähm, Digga, du bist auch nur ein Mensch, ja, ganz klar. Ähm, dann habe ich dir, wie gesagt, ich habe dir dann auch geschrieben, warum bist du eigentlich so frech? Also ganz ehrlich, wenn, du warst ein YouTuber, deren Videos ich sehr gerne geschaut habe. Digga, du sollst auch meine Videos gar nicht gucken so. Das finde ich auch immer geil. Ja, du bist so unfreudig zu mir, Digga, ich habe deine Videos geguckt. Digga, was juckt mich das? Muss ich jetzt deinen Schwanz lutschen, weil du meine Videos gut findest, oder was? So, das ist generell ein Punkt, den ich nicht verstehe. Also ich mache hier einfach Videos, die halt Leute unterhalten sollen, dann unterhalte ich zufällig dich und jetzt soll ich dir den Schwanz lutschen, oder was? Digga, so, wenn dir die Videos gefallen, dann gefallen dir die Videos. Du verbiegst dich doch nicht oder sonst irgendwas dafür. Du hast gar nicht die Berechtigung, das als Argument zu nehmen, dass das jetzt irgendein Verhalten von sonst irgendwas rechtfertigen würde. Ich mache für dich unterhaltsame Videos und du konsumierst sie. Fertig, Digga, da ist niemand dem anderen irgendwas schuldig und da muss ich dich auch nicht als König oder sonst irgendwas behandeln. Du hast doch den Vorteil dadurch auch, dass du unterhalten wirst und ich kriege halt Geld dafür. So, da gibt es keinen so, ja, ich habe deine Videos ja immer gefeiert. Was ist das für ein dummer Punkt, Alter? Wie gesagt, deine Persönlichkeit ist jetzt eine andere Sache. Aber wie gesagt, dass du dann so frech mit mir schreibst, verstehe ich nicht. Auch nochmal ein Punkt, warum habe ich das mir überhaupt online gelassen? Guck mal, also das ist jetzt auf jeden Fall dann irgendwie der ganze Punkt gewesen. Wie gesagt, also ich finde es wirklich einfach, einfach maximal lächerlich von ihm auf jeden Fall. Finde es wirklich einfach, einfach lächerlich so, ne? Der Rick Knossi, als ob der echte, Digga. Ich habe irgendwann ein Video von dir gesehen, du lutschst und fertig, Digga. Für dich lutsch ich immer. Vor allem für die nächste Party, da bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Ja, aber um zurückzukommen, so, er zeigt halt jetzt Nachrichten in einem komplett falschen Kontext, lässt die halt einfach so stehen und stellt mich jetzt als schlechten Menschen hin. Vor allem sagt er selber, ja, ich habe mal ein bisschen recherchiert, wie du mit anderen schreibst. So, ja, Bro, dann zeig das doch mal. Also, ist jetzt auch nicht schwer, ich sage es auch ganz gerne raus, so, ne? Es gibt vielen Leuten, denen ich halt so schreibe, ne? Das ist jetzt nicht so das Ding, es ist auch kein, es ist auch kein Geheimnis, das habe ich schon so oft in irgendwelchen Videos gesagt, so, weil wenn Leute mich aufregen, dann bin ich auch so ehrlich und sage das halt und ja, dann ist man manchmal wahrscheinlich auch unfreundlich, ja, ist dann halt einfach meine Art und fertig, so, aber was hast du jetzt bewiesen so, außer, dass du Nachrichten aus dem Zusammenhang gerissen hast und hier wirklich eine Straftat begangen hast? Ein Punkt war auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe dir auch... Ich lese die Donations nach den Reactions hoch, weil das sonst fürs Video halt nervig ist, wenn das auf KuchenTV Uncut kommt. ...schrieben, dass ich diesen Punkt nicht schlimm finde, weil man die genaue Adresse nie von Siemex liegt. In einigen Punkten musste ich dir recht geben. Den Link zu zeigen, war ein bisschen blöd, habe ich auch im Endeffekt geblurrt und man findet aber trotzdem... Kershauter begangen, dass du dein Zustimmungen im Chat gegeben, im Chat, den du eben gezeigt hast, gegeben. Oh, ja gut, okay, dann ist es keine Straftat, das wusste ich nicht. Also, wie gesagt, es ist mir generell egal, so oder so, ne? Aber es wäre dann natürlich eine gewesen. Wir laden nie die Adresse raus, ja? Ähm, wie gesagt, da gebe ich dir auch recht in der Sache. Ähm, du beleidigst mich in mehreren Punkten und dann dachte ich mir, Junge, wieso soll ein KuchenTV, wenn er mir was sagt, warum sollte ich darauf hören? Ne? Ich war auch ein bisschen beleidigt, vor allem... Digga, du hast doch auf mich gehört. Sobald ich ein Video gemacht habe, hast du gekuscht, Digga, und hast das Video sofort offline genommen, also du kleine Schoßhündchen, quasi. Das ist so ein dummer Punkt, ja, warum sollte ich auf dich hören? KuchenTV droppt ein Video? Jo, du hast recht, Digga, Arschen, Alter. Ey, dass du mich hier beleidigst und dann die Kommentare, die ich mir, ähm, nach deinem Stream, du hast zweimal am Stream auf mein und Essendaries Video reagiert und dann halt nochmal das Video rausgebracht. Ähm, die Kommentare, die ich mir da anhören musste, klar, dafür kannst du jetzt nichts, aber, äh, die Kommentare, die ich mir trotzdem dazu anhören durfte, war nicht so nett wie, ich hoffe, du bist abgeschoben, ähm, was weiss ich, du bist ein Hurensohn, du bist, äh, dumm, der neue Hater, bla bla, sowas halt, alles, was mir anhören musste, wie gesagt, sowas wurde bei dir leider im Chat, ähm, irgendwie auch nicht von den Mods beachtet, finde ich auch leider sehr schade, ich bin dann... Ja, auch das wieder ist halt jetzt die Sache, wird halt einfach so behauptet, keine Ahnung, Bro, was soll ich jetzt sagen, du zeigst keine Beweise, du behauptest das jetzt einfach, meine Mods achten darauf, mir ist es im Chat nicht aufgefallen, ich hab natürlich auch reagiert, ich hab jetzt nicht 24 mal auf den Chat geachtet, muss ich natürlich auch, äh, zugeben, aber hier sind Leute, äh, die achten darauf und, äh, was willst du jetzt? Also, ich, was soll ich dazu sagen? So, es ist jetzt halt quasi Aussage gegen Aussage. Ich hab dann auch den, äh, Livestream verlassen, aber sowas, finde ich, geht gar nicht. Wie gesagt, ihr könnt sachliche Kritik gerne mir gegenüber äußern, aber nicht dann irgendwie schreiben, du bist ein Hurensohn und vor allem auch nicht auf Familie gehen, ich find, da geht das Ganze zu weit. Kritisiert mich, kritisiert das Video, aber geht nicht auf Familie. Ja, der triggert echt einfach mal. Und vor allem muss ich mir dann auch irgendwelche, ähm, rechten Kommentare geben, wie ich hoffe, du wirst abgeschoben, äh, bla, bla, was machst du, was in unserem deutschen Bürgerreich und was weiß ich. Also, ja, ich würde jetzt auch einfach so behauptet, würde ich gerne auf jeden Fall mal Quellen sehen, dass ich tatsächlich solche Zuschauer hier im Chat hab, die das so auch gesagt haben. Wäre auf jeden Fall toll. Also, wenn's so ist, blockiere ich die Leute sofort, gar keine Frage, aber du hast überhaupt keine Berechtigung, dich jetzt hier so dämlich in die Opferrolle zu stellen. Ich mein, ich will's auch gar nicht gutreden, wenn hier Leute im Chat beleidigen, natürlich wegbannen, ganz klar, wir beleidigen nicht, ne, wie er schon sagt, sachlich, sachlich kritisieren gerne, beleidigen geht gar nicht fit, abgesehen davon, dass ich sogar dafür gesperrt werde, wenn ich's nicht lösche, also ich muss das sogar machen, davon mal ganz abgesehen, naja, weil wenn ihr alle beleidigen, das wird gemeldet, dann werd ich dafür, ich bin für die Community verantwortlich, zumindest halt für den Chat, nur, nur mal so. Das heißt, er beleidigt wird halt geblockt und das war bisher bei allen so. Und mir ist es auch noch bei keinem YouTuber aufgefallen, der blockiert, äh, bei keinem YouTuber, den wir kritisiert haben, aufgefallen, dass Beleidigungen nicht gelöscht werden. Davon abgesehen, also Alimliss ist tatsächlich der erste, bei dem das halt so war und, ähm, ja, stellt sich jetzt natürlich dann halt einfach damit halt so in die Opferrolle, kann natürlich aber auch nichts beweisen, hat nichts gespeichert oder sonst irgendwas und, äh, wenn du irgendwelche Beweise hast, schick mir gerne mit den Namen, dann, äh, banne ich die Leute gerne weg, das ist überhaupt kein Problem, aber, was soll der Part jetzt aussagen, so? Darum geht's doch gar nicht. Also das fand ich wirklich sehr schade. Ah ja, genau, weil ich generell sagen wollte, es ist halt einfach das, ähm, es ist natürlich halt einfach das Internet, ich find Beleidigungen auch nicht gut, aber es ist halt einfach anonym mit Beleidigungen muss man klarkommen, wenn man Videos macht, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt, ich mein, du findest es okay, die Privatsphäre eines YouTubers mit Füßen zu treten, da musst du auch einfach, ähm, damit klarkommen, dass Leute dich aufgrund dessen halt dann, ja, beleidigen. Also, es ist halt das Internet, natürlich beleidigen dich Leute dafür, so, ich find's selber nicht gut, aber es ist das Internet, so, ist natürlich klar, dass es nicht gut ist, wie gesagt, aber es ist das Internet, so, es war klar, dass das so kommt, so, ob das jetzt bei mir im Chat passiert oder unter deinem Video oder du Nachrichten kriegst, das ist das Internet, ob man's gut findet oder nicht? Gerade vor allem mir und Essendary auch gegenüber. Dann ganz kurz noch mal eine kleine Sache, ähm, du hattest gesagt, klar, er hat das Haus nie gekauft, das hab ich so, soweit ich weiß, nie behauptet, ich bin davon ausgegangen, dass er das Haus gekauft hatte, so wie weitere Fans. Bruder, du hast gesagt, dass er, dass C-Max hätte sagen sollen, dass er das Haus nicht gekauft hat, dass er es nur gemietet hat, das war deine Aussage, das hab ich sogar in meinem Video drin. Wie gesagt, ich hab mir ein bisschen davor, die Kommentare bevor du drauf reagiert hast, ein bisschen angeguckt und viele, auch würde ich sagen, seiner Fans, ähm, haben das geglaubt, dass er es gekauft hat, er hat's auch wie gesagt nie behauptet. Oh ja, also wenn Trimax das natürlich behauptet hat, dann stimmt das. Ich bin aber davon ausgegangen, wie gesagt, er hat doch in dem einen Video gesagt, ähm, wo er sagt, er geht Möbel kaufen, du hast gesagt, in dem Taubenvideo darauf sagt er, dass er nur Fernsehen meint, er war aber allerdings in einem Möbelhaus, ähm, klar mit Accessoire, da hast du recht, kann man einrichten. Ich hab das andere Video allerdings nicht gesehen, daher konnte ich nicht wissen, dass er das meinte. Ich bin ausgegangen, dass er, ähm, wirklich richtige Möbel für sein Haus kauft, wie gesagt. Ja, aber guck mal, ich meine, er darf richtige Möbel für sein. Das ist ja auch schon mal das nächste so. Er kann doch auch Möbel kaufen, er kann dir komplett neue Einrichtungen kaufen, er könnte alles im Müll schmeißen, was da drin ist. Er muss nur mit dem Vermieter abgesprochen sein. So, und ich meine, guck mal, du machst ein Video, wo du die Privatsphäre eines YouTubers mit Füßen trittst, weil du dich selber nicht, weil du selber nicht recherchiert hast, weil du einfach davon ausgegangen bist. Du bist einfach davon ausgegangen, dass es halt so ist, dass er gesagt hat, dass er das gekauft hat, obwohl du dich selber überhaupt nicht mit dem Thema befasst hast. Und das ist das, was ich so ekeler finde. Er hat nicht, er hat nicht mal recherchiert, sondern hat da wahrscheinlich das TikTok-Video gesehen und hat dann gedacht, boah, Digga, wenn ich darüber ein YouTube-Video mache, dann kriegt das dicke, fette Reichweite. Das ist alles, was er sich gedacht hat. Null Recherche, der Typ. Digga, man, man denkt doch vorher drüber nach, bevor man so ein Video macht. Und guckt, ob das, was man glaubt, auch wirklich der Fall ist. Es ist doch klar, dass man das sonst sauschwer verteidigen kann. Kann er machen, wenn er will. Ist sein Ding. Daher bin ich einfach davon ausgegangen, dass es sein Haus ist, weil er ja sonst eigentlich auch mal mit, äh, Iced-Out-Uhren flext und was weiß ich. Bin ich einfach mal davon ausgegangen. Ach so, ja. Ja, da hat er mal Iced-Out-Uhren und so weiter und jetzt auf einmal ist er an einem Haus. Natürlich hat er das gekauft. Wenn er wieder in seinem Apartment in München ist, so dann gehe ich auch davon aus, dass er das gekauft hat. Aber wenn er das nächste Mal in einem Restaurant sitzt, so, gehe ich davon aus, dass das seins ist, ne? Hat ja auch eine Iced-Out-Uhr. Nie Hate gegen Siemex. Ich beschäftige mich mit Siemex nicht. Ich finde, die Sachen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, sind jetzt nicht wirklich toll. Trotzdem war es nie ein Hate. Ich wollte ihn nie runter machen. Ich wollte einfach nur nochmal dieses Video zur Aufklärung dienen. Digga, was hast du denn aufgeklärt? Siemex hat sich in keinem einzigen Wort widersprochen. Er hat nichts Falsches gesagt. Und du hast einfach sein Airbnb veröffentlicht. Was für Aufklärung, Digga. Wo hast du aufgeklärt? Und ja. Dann kommen wir nochmal zu einem wichtigen Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Ich habe dir das auch nochmal per DM geschrieben. Ich habe mich gefragt, warum du genau mich und Essendary anmachen musst. Ich meine, ich bin ein YouTuber. Ich habe jetzt um die 1000 Abonnenten und er hat was weiß ich, vielleicht 80 Abonnenten. Und dann habe ich mich gefragt, warum musst du uns eigentlich so runter machen? Klar, du kannst uns sagen, du kannst es auch gerne striken, das Video. Na klar, du hast die Chance gesehen, nochmal schön fett Content raus zu machen. Nehme ich dir auch nicht übel. Nein. Der Grund, warum ich euch reingenommen habe, ist vor allem einer. Ich habe beiden, also ich habe Essendary und ihm, habe ich erstmal in die Kommentare geschrieben und danach hatten wir sogar noch privat auf Instagram Kontakt. Und der Grund, warum ich es reingenommen habe, ist, weil ich euch sogar privat gesagt habe, was für eine Scheiß-Aktion das eigentlich ist und ihr die Videos trotzdem online gelassen habt. Also klar, ich habe jetzt kein Recht dazu, euch zu sagen, was ihr offline zu nehmen habt und was nicht. So, aber nachdem ihr beide, ja, Essendary genauso, so mega arrogant und komisch mit mir geschrieben habt, so richtig auf Cringe-Bars und so weiter, ihr nichts eingesehen habt, ihr alles verteidigt habt, nehme ich euch natürlich rein, weil euer Video einfach das perfekte Beispiel für das gewesen ist, was ich halt quasi auch, ja, so gesucht habe, sage ich mal, mehr oder weniger. Ne, also YouTuber, die halt wirklich die Adresse liegen und genau das, was ich vorher kritisiert habe, einfach gelebt haben. Ich meine, dieser Essendary war ja sowieso viel, viel schlimmer mit seinen Aussagen mit, ja, ja, du darfst ja mal keine Haustiere haben. Ne, all dem List war eher so, ähm, dass der nochmal, der hat das Ganze eher nochmal zusammengefasst, was ich ja vorher schon kritisiert hatte und das fand ich einfach wichtig, das halt mit reinzunehmen. Und es hat ja zumindest dann auch so viel gebracht, dass Essendary sich gelöscht hat und du hast das Video offline genommen. Also mein Video hat genau das bewirkt, was es halt sollte und zwar, dass die Videos offline genommen worden sind. Das gleiche habe ich auch gemacht. Ähm, äh, wie gesagt, ich danke dir deshalb auch nochmal für die Likes, für die Dislikes und vor allem auch, äh, für die Aufrufe und die Abonnenten, die ich dadurch generiert habe. Ähm, jetzt will ich mal gucken, ob er dadurch wirklich Abonnenten gemacht hat, da bin ich ja mal gespannt, sonst hat er nämlich wieder scheiße gelabert, um sich jetzt irgendwie gut hinzustellen. Ich meine, das Geile ist, okay, selbst wenn du jetzt halt deine 100 Abonnenten dadurch gemacht hast, so, Bro, so, dein Video hat trotzdem 50 Klicks. So, wen willst du ficken? So, wir können hier auf jeden Fall gucken, also das ist sein, äh, sein Ding. Ich gucke mal gerade, wann mein Zimax-Video hochgeladen wurde, weil das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Zimax, Airbnb, KuchenTV. Ich schätze mal, dass es am 17. war, würde auf jeden Fall Sinn machen. Nee, am 19. sogar. Also, mein Video kam am 19. Also, hier, da kam mein Video raus und seitdem hast du gar keine Abonnenten gemacht. Ich schätze, wo die Abonnenten herkommen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwer anders drauf reagiert hat oder nicht. Das kann ich, äh, leider nicht sagen. Ich schätze mal, weil er das hochgeladen hat? Nee, stimmt. Wo kommen die her, Digga? Gute Frage, ne? Hat er welche gekauft oder was? Ich weiß es halt wirklich nicht, ne? Er hat auch immer noch 10,40. Also, das ist seitdem, äh, wir streamen halt nicht, äh, nicht gemacht so. Das heißt, du hast quasi, hier kam mein Video und du hast null Abonnenten dadurch gemacht. Also, gerne, Bruder. Absolut gerne. Ich kann dich auch noch mal in ein Dings reinpacken, wenn du willst. Ja, gekauft, ja, könnte theoretisch halt sein, aber 300? Das würde ja noch weniger Sinn machen, auf jeden Fall. Aber sein Statement kam auch vor einer Woche, also irgendwo hier, ne? Also, es macht auch eigentlich keinen Sinn. Oder hier kam sein Statement vielleicht. Also, hat heute auch relativ viele Klicks gemacht, ne? Ich weiß es, vielleicht ein bisschen in den Algorithmus gerutscht oder so? Ich weiß es nicht, Mann. Also, gerne, Bruder. Null Abonnenten. Gerne. Wie gesagt, da gebe ich dir einmal ein Danke und auch ein Bitte für mein Free-Content so an der Stelle. Trotzdem frage ich mich, warum du Milch und Essendary so krass runtermachen musst. Ich glaube nicht, dass die gekauft sind. deiner geschauspielten Wut. Er hätte die Abos vorher ausgeblendet. Das könnte sein, tatsächlich, ja, aber dann hat er, dann hat er ja trotzdem heute über 100 Abonnenten gemacht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, ne? Ähm, fand ich schon ein bisschen übertrieben. Da musste ich, als ich mir das erste Video angeguckt habe, auch erst mal ein bisschen schmunzeln. Ähm, ja, fand ich ein bisschen übertrieben. Es gibt viele YouTuber, ich weiß nicht, ob du dir das im Stream gesehen hattest, du meintest, du hast es nicht gesehen. Äh, wie gesagt, Trimax, GamersType und noch andere, die in... Ja, ich merke mal, genau so das. Was möchtest du jetzt so? Okay, ja, dann haben die das Gleiche gemacht und jetzt... Ich muss nicht, ich bin nicht gezwungen, alle zu kritisieren. Ich kann auch nur einen dafür kritisieren. Das ist scheißegal, also das macht doch nichts besser. Ja, okay, ich hab Scheiße gebaut, aber die auch. Warum kritisierst du die nicht? Bro, ich muss niemanden kritisieren. Ich kann auch nur einen einzigen kritisieren und bei allen anderen kann ich meinen Maul halten. Ich bin nicht gezwungen, alles und jeden zu kritisieren. Und mal abgesehen davon, hab ich das mit Trimax tatsächlich gar nicht mitbekommen, erst später. So. Weil ich halt keine Streams gucke und da nicht so tief im Thema drin bin. Wenn ich mir alles zu Zimax angucken würde, dann würde ich den ganzen Tag nichts anderes mehr machen. Im Chat oder im Discord-Wahn haben sich im Livestream von Trimax das Airbnb angeguckt. Natürlich nicht verpixelt. Doch, hat er ja gesagt. Wir gucken uns die Bilder einfach selbst durch. Das ist tatsächlich das krank. Ey, das Part sieht ja aus wie von der deutschen Bahn, die Toiletten. Ja, sogar der Eingangs-Store Bereich. Die Straße hat man schon gesehen. Das wäre geil. Das ist echt das Statement 1x1, jedes Klischeet oder Jahr, Mann. Kommt jetzt drei Wochen bis jetzt so an, wie überall Kartons und die ganzen Müll bekommen. Da ist genau das vom Bild. Da verstehe ich nicht, warum du uns zwei kritisieren musst. Wenn es viel größere YouTuber gibt, die das gleiche gemacht haben. Ja, ist doch eher gut, oder nicht? Wenn ich nicht auf die Reichweite gehe, sondern einfach kleine Leute gemacht habe. Sich das Airbnb im Livestream angeguckt haben, plus auf YouTube hochgeladen haben, gesagt, da habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Na ja, heute wieder Kanäle zerstören. Man kennt es. Ja, da dachte ich mir auch so. Dann habe ich dir hier auch mal eine DM geschrieben. Ich gehe mal ganz kurz hier in den Chat. Da habe ich geschrieben, aber warum hast du bei Trimax nichts gesagt? Der hat sich das live im Stream angeguckt, plus auf YouTube nochmal hochgeladen. Da hast du geschrieben, weil ich das nicht gesehen habe. Klar, es wurde ein bisschen später hochgeladen. Dann frage ich mich aber trotzdem, wie du unbedingt auf mein Video kommst, das jetzt keine krasse Reichweite hatte. Bro, weil mir das zugeschickt worden ist offensichtlich. Also, wie bin ich wohl auf dein Video gekommen? Wenn ich im Video sogar selber sage, dass mir ungefähr 500 Leute Videos zugeschickt haben. Dicker, der Typ ist halt wirklich einfach, also ich weiß nicht, ob der trollt oder so, aber das ist so eine dumme Aussage. Ich glaube, mein Video hat mittlerweile 12.000 Aufrufe. 12 Euro übrigens schmeckt. Das sind drei Döner. Oder, was meintest du noch? Ja, oder wieso du halt... Der Typ ist echt mega cringe, ja. ...dich auf Trimax-Video irgendwie eingegangen bist. Das Video hat mittlerweile, glaube ich, eine halbe Million Aufrufe ungefähr. Ja, wie gesagt, ich sehe auch gerade nochmal in deiner Story, Digga, dieser Typ, es ist so ein lächerlicher Cringe-Kack. Dieses Video ist so fucking unangenehm. Der macht so wütend, Junge. Das kann der doch nicht wirklich denken. Da siehst du auch, nachdem ich das Thema mit Trimax angesprochen habe, du hackst trotzdem auf ihm weiterhin rum. Digga, warum hacke ich wohl auf ihn rum, wenn er eine Antwort, also er sagt zwar Antwort, aber eigentlich war es eine Ansage an KuchenTV hochgeladen hat. Digga, das ist ein Video, was er nur gegen mich produziert hat, wo er die dümmsten Aussagen ever bringt. Natürlich packe ich das in meine Story und beschwere mich darüber. What the fuck, Alter? So, muss ich jetzt alles und jeden irgendwie kritisieren, der dazu irgendwas gesagt hat oder was? Muss ich jetzt meine ganzen Storys hochhauen? Muss ich jetzt jeden in meinen Storys kritisieren, der irgendwas dazu gemacht hat oder was? Ich habe das Video von Trimax bisher nicht mal gesehen, Bruder, weil ich sein Content nicht schaue. Also, außer wenn er auf mich reagiert, lustigerweise, Kappa. Naja, ist wirklich so, ich gucke eigentlich dann immer fast nur die Reactions zu meinen Videos. So, was ist jetzt dein Punkt? Was ist jetzt dein Punkt? Ich verstehe das nicht. Also, kritisierst du jetzt, dass ich nicht alles und jeden kritisiere, wo ich es halt mitkriege oder was? Nur weil du mir geschrieben hast, heißt das nicht, dass ich mich mit dem Trimax-Thema beschäftigt habe. Mal abgesehen davon, dass das sogar einfach das Wochenende gewesen ist, wo wir im Tiki Kinderland gewesen sind und ich da ein bisschen was anderes zu tun hatte, als mich um die C-Max-Adresse zu kümmern, die mir sowieso scheißegal ist. Also, was heißt scheißegal in dem Sinne, aber es ist nicht mein Lebensmittelpunkt. Ich mache mein Video dazu, ich habe zwei Leute kritisiert, wir haben es streamed über geredet, das war es. Es ist nicht mein Lebensmittelpunkt. Und wenn ich mit meiner Family plus meinen Kollegen da unterwegs bin, um da Videos zu drehen, dann ist mir die C-Max-Adresse in dem Moment einfach scheißegal. Das ist mir kackegal, aber wenn jemand eine richtig dreckige Ansage gegen mich dreht und dann denkt, dass das ja voll die Antwort an KuchenTV wäre, ja, dann teile ich das, weil mich das betrifft. Ich bin KuchenTV, zufälligerweise. So, und dann kümmere ich mich auch darum. Das war nämlich, ich glaube, am Samstag oder am Freitag, ich weiß es gar nicht, um 19.13 Uhr, ich meine, am Samstag war das. Ja, vor 16 Stunden, das müsste am Samstag dann gewesen sein, wo ich das gepostet habe. So, diese Aussage gemacht hat einfach überhaupt keinen Sinn von ihm schon wieder. Das ist auch dieses typische Whataboutism, ja, wir haben Scheiße gebaut, aber warum kritisierst du nicht auch den und den? Ey. Das kann der doch nicht wirklich denken. Ja, ich bin tatsächlich GrundeV, Bro. Tut mir leid an alle, die dachten, dass sie irgendwie bei Monte sind. Da siehst du auch, nachdem ich das Thema mit Trimax angesprochen habe, du hackst trotzdem auf... Vor allem, ich will mal ganz kurz gucken, wann er mir das mit Trimax auch geschrieben hat. Das hat er mir okay am Montag sogar geschrieben gehabt. Nee, warte. Das mit Trimax hat er mir geschrieben, 19. März. Aber ich will jetzt hier nicht, dass irgendwas gelegt wird. 19. März war, glaube ich, war das da schon... Ja, 19. März, das war der Freitag, wo wir weg waren. Um 19.48 Uhr hat er mir das geschrieben. Diese Ansage, also die Story, die er gerade gezeigt hat, habe ich am Samstag hochgeladen. Bro, ich war an dem Wochenende nicht zu Hause und hatte offensichtlich was anderes zu tun. Was ist das schon wieder für ein dämlicher Punkt? Ich hasse so Leute oder so Aussagen wie ihn, die irgendwie davon ausgehen, dass ich wirklich 24-7 in meinem Leben nichts anderes zu tun habe, als mir den ganzen Tag YouTube-Sachen anzugucken. Digga, ich habe auch noch ein Leben außerhalb von meinem Twitch- und YouTube-Kanal. Ich bin auch mal unterwegs und da sogar lustigerweise gut zu einem Drehtermin, also hat auch wieder was mit YouTube zu tun gehabt, aber da habe ich Besseres zu tun, als weg von meinen Freunden zu gehen und zu sagen, oh, ich muss jetzt nicht über App mal darum kümmern, weil der Streamworks hat nämlich auch die Adresse von dem veröffentlicht. Bro, es gibt in meinem Leben noch andere Sachen, die ich zu tun habe. Tatsächlich habe ich nicht den ganzen Tag Zeit. Ihm weiterhin rum, auf mir nicht, also wahrscheinlich doch, wenn du das Video siehst, wirst du mich wahrscheinlich wieder runter machen. Wie gesagt, das ist für mich kein Ding, solange du einfach sachlich bleibst. Und ehrlich, ne? Ähm, wie gesagt. Ah, da ist Ehrlichkeit wieder okay, aber wenn ich dir schreibe, dass du unangenehm bist, dann ist es wieder mega unfreundlich und dafür werde ich kritisiert. Finde ich trotzdem einfach schade, dass du dir so eine Mühe machst, hier so kleine Kanäle zu zerstören. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr Zuschauer das Ganze einfach nochmal überdenkt. Klar, es war nicht wirklich schlau von mir, das Video irgendwie hochzuladen. Und es war, wie gesagt, auch nicht so gerade der beste Titel, sage ich mal so. Ähm, aber die Adresse geleakt habe ich nie. Deshalb, wie gesagt, ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ähm, schreibt das Ganze in die Kommentare, sobald die aktiviert bleiben. Wenn jetzt wieder Kommentare kommen, wie du Hurensohn oder andere Kommentare. Ja, er hat absolut selber schuld, also... Dann werde ich die Kommentare ausstellen oder ihr werdet geblockt. Ich hoffe, ihr bildet euch einfach nochmal eine Meinung. Ich habe die Adresse meiner Meinung nach nie von Siemex geleakt. Vielleicht kommt die Tage dazu nochmal ein Video. Ich habe bereits, ähm, mir von ein paar Leuten einfach nochmal, ähm, Feedback geholt, die mir das Ganze nochmal erklärt haben. Ich habe bereits mit einem Anwalt geschrieben. Sobald das Anwaltschreiben da ist, werde ich dazu vielleicht auch nochmal ein Video machen. Soweit ich weiß, ist es, wie gesagt, rechtlich nicht verwerflich, dass ich diese Daten veröffentlicht habe. Wie gesagt, ob es moralisch verwerflich ist, ist eine andere Sache. Warte mal, hat er jetzt einen Anwalt eingeschaltet, um zu gucken, ob das rechtlich okay ist oder will er mich anzeigen? Ich habe das jetzt irgendwie gerade nicht mitbekommen. Also will er jetzt mich anzeigen? Ja, vor allem ist echt die Frage, wenn das alles so okay und cool ist, warum hast du es denn dann offline genommen? Äh, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie für sich selbst, der Typ muss ja Geld wie sonst was haben. Wenn er einfach mal so ein Anwalt bezahlt, einfach nur um zu gucken, was das erlaubt ist oder nicht. Geiler Typ auf jeden Fall. Und was kommt jetzt noch eine Minute? Nochmal ein angeschnittenes Ding oder was? So, ganz kurz, Leute. Nochmal eine ganz kleine Anmerkung, die ich sagen wollte. Ich koste das 100 Euro, ja kommt drauf an, was für einen Anwalt du hast, ne? Aber eigentlich ja so 500 schätze ich. Gerade nochmal mit der Freundin von Siemens ganz kurz auf Instagram geschrieben. Habe ihr den Satz halt nochmal erklärt, hat ihr halt gesagt, dass sie auf das Video reagiert hat, man die Bilder sieht vom Airbnb und sowas alles. Sie meint, es ist sobald nicht schlimm, sobald ich halt das Video runternehme. Also, er ist wirklich der, also er muss jetzt, er will jetzt einfach nur beweisen, dass es rechtlich nicht schlimm ist und dafür gibt er Geld aus. Naja, es ist nicht mein Geld, mir soll scheißegal sein, Digga. Es ist sowas von egal. Das habe ich auch gemacht. Erstberatung bieten viele auch kostenlos. Ja gut, aber dann kriegst du halt kein Schreiben mit oder so. Wenn der da irgendwas macht, dann musst du eigentlich schon was zahlen. beziehungsweise eins und das danach, was danach kam, habe ich beide erstmal offline genommen. Ich möchte, wie gesagt, die beiden da einfach nicht angreifen und ich wollte mit niemandem schaden oder so. deshalb. Ja, Statement war Rotze, ne? Was soll ich sagen? Was ist der Timestamp? DMs und Kommentare? Adresse, warum ich das Video gepostet? Trimax, der Kanalzerstörer, eure Meinung, Zimax-Freundin-DM. Die hat er komischerweise nicht gezeigt, ne? Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt einfach ein super peinliches Statement so gewesen, ne? Ja, also.